Jetzt zeigen wir Ihnen auf dem Rasen Studien in Piaffen Passage, die auch ein nahezu vollendetes Pferd zeigen. Zeigte die ganze Fähigkeit dieses Pferdes zu tanzen. Hier eine sehr ausdrucksvolle Passage, die übergeht in eine Piaffe und achten Sie einmal darauf, wie schön ruhig dieses Pferd den Schweif trägt. Wie er unter den Schwerpunkt tritt, wie hoch er aus der Schulter ausgreift und wie wenig eigentlich der Reiter arbeiten muss. Das ist das, was wir uns immer wieder sagen müssen. Wenig sichtbare Hilfen, das Pferd allein arbeiten lassen, es durch den Sitz nicht stören, sondern unterstützen und dann kann so etwas dabei herauskommen. Und Sie sehen wieder die lobende Hilfe des Reiters, die das Pferd stolz macht und die ihn dazu anregt, sich bis zu seiner höchsten Entfaltung zu steigern. in 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 Vielen Dank.